Die Uniklinik Aachen. Krankenhaus der Superlative. Einsatz für die Helicrew. Eine schwer verletzte Patientin wird eingeliefert. Die Ärzte in der Notaufnahme versuchen, ihr Leben zu retten. Im Moment halten wir die Narkose aufrecht. Die Patientin ist also in einem künstlichen Koma. Pro Tag fahren 80 bis 100 Krankenwagen die Megaklinik an. Das Ärzteteam ist im Dauereinsatz. Bei dieser Patientin zählt jede Minute. Der Verdacht auf Schlaganfall wird sich wahrscheinlich bestätigen. Der Neurologe führt jetzt noch weitere Untersuchungen durch. Logistik der Superlative. Ein gigantisches Transportsystem durchzieht die riesige Klinik. Es verteilt pro Tat bis zu 100 Tonnen Material blitzschnell auf alle Stationen. Ich bin stolz darauf, diese Anlage reparieren zu dürfen, dran warten zu dürfen. Eine gigantische Großküche. Täglich werden hier mehr als 2000 Mahlzeiten zubereitet. Wir wollen natürlich so schnell wie möglich das Essen, so warm wie möglich rausbringen. Also in anderthalb Stunden muss das erledigt sein. Hightech im Operationssaal. Der Da Vinci-Roboter setzt jede Bewegung des Chirurgen exakt um. Also es ist natürlich schon eine stressige Sache, weil Roboterchirurgie komplexer ist als die traditionelle Chirurgie mit Messer und Pinzette. Der Helikopter Christoph Europa 1 fliegt die Uniklinik Aachen an. An Bord eine Patientin in Lebensgefahr. Dr. Jörg Christian Brokmann, Leiter der zentralen Notaufnahme, fährt zum Landeplatz. Vom Notarztteam im Helikopter weiß er bereits, was ihn erwartet. Wir warten auf einen Patienten, der sich vermutlich in suizidaler Absicht Autoabgase ins Auto eingeleitet hat. Der Helikopter landet auf der helfenden Hand. So wird der Hubschrauberlandeplatz wegen seiner Form genannt. Bei einer Vergiftung durch Autoabgase zählt für die bewusstlose Patientin jede Minute. Schon während des Flugs hat das Notarztteam ständig den CO2-Gehalt im Blut überwacht. Das Ärzte-Team holt die Patientin mit einer fahrbaren Trage ab. Wichtig dabei, alle Geräte müssen nahtlos mobil an der Trage weiter funktionieren, sonst besteht Lebensgefahr. Volle? Ist schon eingestellt. Auf wie viel hast du? Einmal den anderen, Markus, dass du den hast. Danke. Gut, ist fest. So, okay, jetzt nochmal, einmal nochmal Kontrolle, Double-Check, gut. So, einmal hier rechts raus, bitte. Markus, einmal bitte nach dem CO2 gucken, ob CO2 läuft. Hinter dir unten. Die Crew bringt die Patientin jetzt so schnell wie möglich in den Schockraum. Wir gehen runter in Schockraum A, Schockraum A1. Wir haben bewusstlos keine Reaktion auf Schmachsreize, noch spontan Atmung. Okay, auf drei. Eins, zwei und drei. Wir machen jetzt eine Primärübergabe des Patienten. Wir gucken nach der Beatmung, schauen nach, ob die Beatmung in Ordnung ist, machen einen Ultraschall des Bauches und ähnliches und machen einmal kurz eine Blutabnahme, um den aktuellen COHB-Wert zu messen. Wolfgang, weißt du, von wem sie gefunden worden ist? Ein Passant hat eine Pause machen wollen, ein PKW und hat zufällig neben ihr geparkt und den Schlauch gesehen. Okay. Also als wir kamen, war bis auf den Passanten noch keiner da. Die kamen erst nachher. Vermutlich, um Selbstmord zu begehen, hat die Patientin zusätzlich Tabletten geschluckt. Deswegen analysiert das Notfallteam auch sämtliche Blutwerte. Kurze Info ans Team, also Sertralin-Tabletten und Metformin. Deshalb also auf jeden Fall noch mal ein 12-Kanal-EKG, bitte. Also Venöse-BGA ist pH 7,3, pCO2-54, können wir an der Beatmung noch was machen. Und der COHB ist hier mit 3,7 und Laktat ist 1,2. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Die Patientin hat also eine gute Überlebenschance. Die Abgase waren noch nicht so lange in das Auto eingedrungen, als sie entdeckt wurde. Also was sehr gut war, dass sie vermutlich sehr schnell initial gefunden worden ist von einem, sag ich mal, anderen Autofahrer, der sofort die Rettungskette in Gang gesetzt hat. Der Hubschrauber war innerhalb von 10 Minuten da. Noch kein weiteres Rettungsmittel war vor Ort. Die haben sie sofort primär versorgt, sofort intubiert und beatmet. Und damit ist im Grunde genommen die Gefahr für bleibende Schäden sehr gering. Im Schockraum hat Dr. Brokmann die Patientin weiter versorgt. Sie befindet sich außer Lebensgefahr. Jetzt bringen Rettungssanitäter die Patientin in ein anderes Krankenhaus, wo sie weiter behandelt wird. Nach wie vor liegt sie in einem künstlichen Koma. Eine spezielle Therapie ist erforderlich, um die schädlichen Gase aus dem Blut zu filtern. Die Patientin wird jetzt in die HBO-Überdruckkammertherapie verbracht, weil die Rauchgase bzw. die Abgase des Autos den Sauerstoff von den roten Blutkörperchen verdrängen. Um das zu verhindern bzw. um das zu therapieren, bekommt sie jetzt diese Überdrucktherapie. Die Uniklinik Aachen gehört zu den größten Krankenhäusern Europas. Der 1985 fertiggestellte Megabau steht wegen seiner besonderen Form und Bauweise sogar unter Denkmalschutz. Im Komplex der Superlative Gänge und Schächte von insgesamt 15 Kilometern Länge. Ein immenses Transportsystem befördert täglich 100 Tonnen Material durch die gesamte Klinik. Rund 7000 Menschen arbeiten hier. Sie versorgen 231.000 Patienten im Jahr. Tag und Nacht sind Ärzte und Pflegepersonal im Einsatz. Die Klinik schläft nie. Allein das Hauptgebäude hat eine Nutzfläche von 130.000 Quadratmetern. Das entspricht einer Fläche von 18 Fußballfeldern. In so einer riesigen Klinik sind die Wege weit. Deshalb versorgen automatisierte Bestell- und Transportsysteme die 120 Stationen der Uniklinik schnell mit Nachschub. Zum Beispiel mit Medikamenten aus der hauseigenen Apotheke. Mit der Medikamentenbestellung ist es so, dass wir den Bedarf feststellen von einem Tag auf den anderen, um dann über die Bestellung, über das Internet in die Apotheke zu kommen. Die erfassen unsere Bestellung, werden dort die Bestellung aufnehmen, sortieren und zu uns schicken. Insgesamt 30.000 Arzneimittel lagern in diesem riesigen Regalsystem. Es wird vollautomatisch bestückt und regelmäßig nachgefüllt. Kommt eine Bestellung rein, schiebt die Maschine automatisch die angeforderten Medikamente auf die andere Seite des Regals. Dort werden sie in Boxen abgefüllt und weiterverteilt. Und es wird jeden Tag auch was anderes bestellt. Und das macht dieser Automat eben automatisch. So, und damit ist es natürlich eine immense Arbeitserleichterung. Es läuft menschenunabhängig. Insofern haben wir für den gesamten Logistikprozess natürlich eine große Ersparnis auf der einen Seite, aber auch eine große Sicherheit, dass es zur richtigen Zeit, zum richtigen Patienten mit der richtigen Medikation ankommt. Und Sie sehen hier einen Barcode. Und anhand dieses Barcodes kann ich jetzt, wenn ich den durch den Scanner laufen lasse, sofort sehen, was in dieser Kiste ist. Und alles, was nicht in der Kiste ist, aber bestellt wurde, liegt in den anderen Lägern hier, die man nicht in den Automat packen kann. Zum Beispiel Blutprodukte, Kühlwaren, selbsthergestellte Arzneimittel und so weiter und so fort. Und das wird dann mit den ganzen Infusionen, die noch händisch gepackt werden, täglich auf die Station über die AWT-Anlage verbracht. Bevor die Kisten über die Automatische Warentransportanlage, kurz AWT, in der Klinik verteilt werden, kommt noch der Bestellzettel mit hinein. Mitarbeiter Alexander Titopoulos sorgt dafür, dass jede Kiste mit der korrekten Adresse versehen wird. Außerdem kennzeichnet er Boxen mit Infusionen oder Blutprodukten, da sie mit besonderer Vorsicht transportiert werden müssen. Die Herausforderung in unserem Job ist, dass jeder Tag anders ist. Man weiß nie, was kommt. Wir müssen immer gucken, dass wir genügend Material vor Ort haben, weil die Stationen unterschiedlich bestellen. Und gerade in Infusionen ist es wichtig, eine Riesenmenge zu haben. Jetzt hat die Kiste eine lange Reise vor sich. In einer Transportgondel geht es durch das Tor der AWT-Anlage und dann abwärts. Die Gondel transportiert die Medikamentenkiste nun kilometerweit durch das Gebäude. Über ein komplexes Schienensystem, das an der Decke des Untergeschosses installiert wurde. Täglich laufen 2200 Fahrten über die AWT-Anlage. Ihr Schienennetz erstreckt sich über insgesamt vier Kilometer. Diese Kiste ist etwa 20 Minuten unterwegs, bis sie an ihrer Zielstation ankommt. Stationsleiter Günther Eberhardt und seine Assistentin erwarten sie bereits. Alle 120 Stationen im Haus bestellen auf diese Weise. Etwa 2000 Medikamentenpackungen sind täglich unterwegs. Nach einer kurzen Prüfung ist klar, alles vorhanden. Die Station ist wieder ausreichend versorgt. Bis zum nächsten Tag. So, alles ist dabei gewesen? Ja, dann können wir die Befehl zurückfahren, sind wir wieder bevorragend. Diese gigantische automatische Warentransportanlage gibt es weltweit nur viermal. Elektromeister Joachim Janotter stellt sicher, dass sie stets funktioniert. Heute überprüft er die Speicherprogrammierbare Steuerung, kurz SPS. Hier sind jetzt Sicherungen drin und da sind Schütze drin, die teilweise verbrennen. Manchmal lösen sie auch durch Überspannungen aus. Das Ganze ist zu kontrollieren, die Eingänge oder Ausgänge an der SPS, die für die Fahrmerksteuerung zuständig ist. Hier und da kommt mal ein Eingang nicht oder ein Ausgang kommt nicht. Das Ganze ist zu kontrollieren, dann zu warten und dann geht das Ganze schon. Den können wir jetzt wieder fahren lassen. Das Ganze ist jetzt in Ordnung. Die Anlage versorgt die rund 1400 Patienten der Klinik täglich mit allem, was notwendig ist. Joachim Janotter überprüft den Hauptsicherungskasten der Transportanlage. Ohne Strom hätte die Klinik ein Problem. Wenn hier ein Totalausfall ist, dann wird das Ganze händisch verschickt werden müssen. Dann wird ein Schiebedienst organisiert über das Haus, auf dem man direkt Zugriff hat. Und dann wird das Ganze personell über die Aufzüge an die Stationen weiter verschickt. Bald wird die AWT-Anlage für 6 Millionen Euro grundsaniert. Ich bin jetzt seit 38 Jahren hier im Haus tätig und bin stolz darauf, diese Anlage reparieren zu dürfen, dran warten zu dürfen. Das ist schon was ganz Besonderes, ein ganz besonderes Highlight hier im Klinikum Aachen. In einem nicht für alle Mitarbeiter zugänglichen Sonderdepot lagern ganz spezielle Medikamente. Es sind solche, die nicht von den Stationen bestellt werden können. Sie kommen nur bei Großkatastrophen oder Atomunfällen zum Einsatz. Dann aber können sie hunderttausenden Menschen das Leben retten. Das sind hier die Notdepot-Lager für Großkatastrophen, als der Papst 2006 in Köln war und die Fußball-Weltmeisterschaft in Köln war. Dann war hier ein Depot, was man mit den Hubschraubern hätte abholen können, falls es zu einer Großkatastrophe in Köln gekommen wäre. Hier in diesem Depot, auf diesen Paletten lagern 200.000 Jod-Tabletten für die Bevölkerung Aachens, falls es zum nuklearen Unfall in Tuarsch oder Duell kommt. Ein Krankenwagen nähert sich der Uniklinik. Die Notaufnahme ist 24 Stunden besetzt. Diese Patientin wird mit Verdacht auf Gehirnschlag eingeliefert. Die Frau kann nur liegend transportiert werden. Sanitäter schieben sie aus dem Krankenwagen. Die Patientin klagt über Schmerzen im Kopf. Hauptsache, dass ich noch wenig im Kopf so habe. Soll ich was höher machen? Ja, das wäre nett. Patientin Marlies Lübbemeier fürchtet, eine ernste Erkrankung zu haben. Ich tippe auf einen Schlaganfall, auf einen kleinen. Ja, dann haben wir dann, jetzt bin ich hier, jetzt müssen wir sehen, ob das wahr ist. Ich fürchte schon. Gewissheit soll die Erstuntersuchung im Schockraum bringen. Die Sanitäter helfen Marlies Lübemeier behutsam von der fahrbaren Trage herunter. Weitere Erschütterungen im Kopf können gefährlich für sie sein. Eine Krankenpflegerin befragt sie über den Verlauf ihrer Beschwerden. Ich bin heute Morgen, nee, doch ja zum Arzt. Und da hat sie ja jetzt eben festgestellt, dass ich wahrscheinlich einen Schlaganfall habe. Dann haben Sie zuerst die Symptome bemerkt? Wann war das? Freitag. Am Freitag, alles. Ich lasse einmal Ihren Blutdruck und dann nehme ich einmal Blut ab und sage dem Neurologen direkt Bescheid. Mit Humor erträgt sich alles leichter. Bluthochdruck ist ein Risikofaktor für einen möglichen Schlaganfall. Der Verdacht auf Schlaganfall wird sich wahrscheinlich bestätigen. Der Neurologe führt jetzt noch weitere Untersuchungen durch. Symptomatik besteht ja schon seit Freitag. Deswegen ist da jetzt kein akuter Handlungsbedarf mehr möglich. Ich bin morgens wach geworden und wunderte mich, dass ich irgendwie, ich konnte nicht richtig schlocken, ich konnte nichts, ja und essen auch nicht später. Ich habe sehr starken Schwindel, stets und ständig. Ich untersuche Sie jetzt einmal. Gucken Sie mal den Finger hier an. Verschiedene Untersuchungen helfen Oberarzt Oliver Matz, einen möglichen Schlaganfall zu erkennen. Also es könnte jetzt schon tatsächlich, also mit der Kombination mit der Schluckstörung könnte das schon tatsächlich ein Schlaganfall sein. Erst dachte ich, dass es vielleicht eine rein, man nennt es periphere Gesichtslähmung ist. Also das ist eher so eine gutartige Lähmung der Gesichtsmuskulatur, aber die Ausfälle gehen jetzt ein bisschen darüber hinaus. Deswegen muss man schon an einen Hörninfarkt, also einen Schlaganfall denken. Der Schlaganfall ist eine plötzliche, also schlagartig auftretende Erkrankung des Gehirns, die zu einem Ausfall von Funktionen des Zentralnervensystems führen kann. Ob das bei Marlies Lübbemeier wirklich vorliegt, soll jetzt ein MRT klären. Mein Mann habe ich Ihnen schon überliefert, der ist schon tot. Ist das wahr? Das tut mir leid zu hören. Wie lange ist das her? Fünf Jahre jetzt. Man hat auch bei Ihnen gelegen. Ein Schlaganfall, oder? Wir werden jetzt in der Kernspintomographie eine Untersuchung des Gehirns vornehmen. Das ist eine ganz schonende Methode, die ist ungefährlich für den Patienten und zeigt uns in höchster Auflösung, wie das Gehirn aussieht und ob Krankheiten dort vorliegen. Die Patientin kommt in die sogenannte Röhre. Das MRT liefert Bilder vom Körperinneren. So können Strukturen und Funktionen der Gewebe und Organe dargestellt werden. In der Röhre ist es sehr eng. Deshalb bekommen viele Menschen Platzangst. Alles okay? Alles okay? Alles ist okay. Einatmen. Ausatmen. Und nicht viel Atmen. Das Kopfinnere der Mitte-70-Jährigen wird genau dargestellt. Auf diesen Aufnahmen sieht man dünne Scheiben des Gehirns, ungefähr so angeordnet. Wir sind hier in der Mitte des Schädels. Hier kann man die Nase erkennen. Die Stirnhöhlen sind hier ganz schwarz. Und das ist der mittlerste Anteil des Gehirns, der sogenannte Hirnstamm. Dahinter liegt das Kleinhirn. Das hier oben, das gefurchte, ist das Großhirn. Und ich suche jetzt das Gehirn ab nach Gebieten, wo es normalerweise dunkel sein müsste, so wie Nervengewebe aussieht. Und wo mir eine hellgraue Verfärbung anzeigt, dass sich hier Wasser angesammelt hat, wie es beim Schlaganfall der Fall ist. Und dann schauen wir uns noch einmal die Schlagader an. Wir schauen auf diesem Bild von vorne durch den Kopf durch. Nur etwas, was sich bewegt, ist hier hell zu erkennen. Alles, was still steht, so wie eigentlich alles im Kopf, ist dunkel. Das Einzige, was sich im Kopf bewegt, ist ein Blut, das durchfließt. Und deswegen kann man so, ohne Kontrastmittel spritzen zu müssen, die schnell fließenden Schlagadern sehen. Das ist die mittlere Hinterhauptschlagader. Die müsste schuld sein, wenn es ein Schlaganfall wäre. Und die sieht völlig in Ordnung aus. Eine gute Nachricht für Marlies Lübemeier. Prof. Martin Wiesmann plant eine weitere Untersuchung, um die Ursache für ihre Beschwerden zu finden. Wir können mit der bisherigen Untersuchung ganz sicher ausschließen, dass Frau Lübemeier einen Schlaganfall erlitten hat. Als Ursache bleibt dann übrig eine Entzündung der Gesichtsnerven. Danach suchen wir jetzt. Dafür müssen wir noch einmal Kontrastmittel geben. Und dann würden sich entzündete Stellen hell auf den Bildern zu erkennen geben. Ein Kontrastmittel wird in die Armvene der Patientin gespritzt. Kontrastmittel sind stark strahlenabsorbierend und haben einen hohen Jodanteil. Auffällige Körperregionen sind damit im MRT gut zu erkennen. Die MRT-Aufnahmen zeigen ein ganz normales Gehirn. Das heißt, wenn eine Entzündung da ist, dann ist das eine leichte Entzündung. Und das ist eine gute Nachricht für die Patienten. Weiter antworten. Professor Wiesmann ist beruhigt. Nun kann er der alten Dame Entwarnung geben. Ich habe gute Neuigkeiten. Ist nichts. Es ist kein Schlaganfall. Und es ist alles in Ordnung. Was ist das jetzt hier? Das ist wahrscheinlich eine Entzündung der Gesichtsnerven. Ach so, das gibt es. Das gibt es häufig sogar. Und das Gute ist, dass das fast immer von alleine wieder weg geht. Sie haben sehr gute Chancen, dass das alles wieder verschwindet. Das ist so sehr gut für mich. Das ist so schön. In einem anderen Gebäudetrakt bereitet sich Dr. Christian Bach auf eine hochkomplizierte Operation vor. Er ist Leiter der Sektion Robotische Urologie. Vor der OP benötigt er die entsprechende Patientenakte. Ja, guten Tag, Bach hier aus der Urologie. Ich würde gerne eine Akte bestellen. Und zwar ist das die Patientennummer 3578246. Danke. Bleiben Sie kurz dran, bitte, ja? Jede Patientenakte ist im Computerarchiv eingetragen. Anhand der Patientennummer kann Mitarbeiterin Daniela Klinkenberg sofort erkennen, wo die gewünschte Akte archiviert ist. Ich suche sie raus und schicke sie Ihnen zu, ja? Ja. Danke. Das Archiv der gigantischen Uniklinik ist, wenig überraschend, ebenfalls riesig. Es umfasst rund 2,5 Millionen Patientenakten. Täglich kommen etwa 450 neue hinzu. Mitarbeiterin Daniela Klinkenberg legt täglich lange Strecken zurück, um Akten herauszusuchen. Sie existieren noch klassisch in Papierform. Über die sogenannte Tele-Lift-Transportanlage verschicken die Mitarbeiter des Archivs täglich 300 Akten. Das Schienennetz der Anlage erstreckt sich über mehrere Kilometer durch die gesamte Klinik. Die gewünschte Akte ist 15 Minuten unterwegs, bis sie in der Urologie bei Dr. Christian Bach eintrifft. Er benötigt die Informationen aus der Patientenakte für die sogenannte Tumorkonferenz. Hier wird der anstehende Eingriff mit allen beteiligten Kollegen besprochen. Der Patient ist 62 Jahre alt und im Rahmen einer CT-Untersuchung wurde als Zufallsbefund dieser ca. Hühnereigroße Tumor der rechten Nebenniere gefunden. Warum sollte das abgeklärt werden? Der hat im Röntgenbild verdächtigen Lungenschatten gehabt. Das hat sich aber letztlich als unverdächtig oder nicht relevant herausgestellt im CT. Erst war der Patient einer OP abgeneigt und hat sich dann letztlich nach reiflicher Bedenkzeit zu einer operativen Entfernung entschieden. Dr. Bach legt seine OP-Kleidung an. Das oberste Gebot bei einer Operation ist die Hygiene. Auch Mund und Haare werden abgedeckt. Und die Hände minutenlang desinfiziert. Bei dieser OP kommt der Da Vinci-Roboter zum Einsatz. Dr. Bach ist einer der wenigen Ärzte in Deutschland, die mit diesem komplexen Gerät arbeiten. Der Patient befindet sich bereits unter Vollnarkose. Letzte Vorbereitungen. Ja, also was wir jetzt machen, ist den Patienten zu lagern. Und wichtig ist, dass der so gelagert wird, dass wir a, optimalen Zugang haben zum OP-Feld und b, dass er auch ausreichend geschützt wird, dass die alle Druckstellen, potenziellen Druckstellen geschützt werden. Also zum Beispiel die Ellenbogen, die Knie, die Füße, die unterpolstern wir alle mit Kissen und Gelmatratzen, damit es nicht zu Lagerungsschäden kommt. Weil die OP kann ja ein paar Stunden dauern. Wenn der Patient dann dauernd auf zum Beispiel einen Nerv drückt, dann könnte der geschädigt sein. Nach der Lagerung besprechen Dr. Bach und sein Co-Chirurg, Dr. Martin Lehnhardt, wie sie vorgehen werden. Da dies eine minimalinvasive Operation ist, werden mehrere kleinere Schnitte gesetzt. Durch sie werden dann die Werkzeuge des Roboters eingebracht. Wichtig bei dieser minimalinvasiven Chirurgie ist, dass man die Zugänge richtig legt. Dass man also die Ports und damit auch die Instrumente richtig ins Abdomen reinbekommt, um auch dann die Struktur zu erreichen, die man erreichen möchte. Und was ich jetzt mache, bevor wir überhaupt loslegen, schaue ich mir das alles genau an und orientiere mich an den anatomischen Landmarks, um genau zu wissen, wo ich dann später die Zugänge platziere. Das markante Kreuz auf dem Körper des Patienten soll allen Beteiligten den genauen Ort der OP anzeigen. Das ist wichtig, um Verwechslungen auszuschließen. Wir werden auch noch viele Checks durchführen, so ähnlich wie im Flugzeugcockpit. Checklisten abhaken, damit wir tatsächlich das ganze Team gebrieft haben und alle auf einem Stand sind, um Fehler zu verhindern. Assistenzärztin Monika Simon ließ die Checkliste vor. Alle acht Teammitglieder sind hochkonzentriert. Der Patient hat seine Identität bestätigt. Wir haben mögliche Komplikationen jetzt soweit ausgeschlossen. Eigentlich das Ort ist soweit markiert, wie Sie sehen können. Die Narkoseform ist verifiziert. Es handelt sich um eine Vollnarkose bei dem Patienten. Allergien haben wir geprüft, Blutkonserven gecheckt. Ansonsten bedauern wir hier keine Antibiotika-Prophylaxe, die wir umgebrochen haben. Ich würde sagen, dann ist jetzt alles fertig und dann können wir uns einwaschen gehen und die OP kann wie geplant beginnen. Dr. Bach ist bereit für den ersten Schnitt. Aber gerade der muss nochmals mit der Anästhesie abgestimmt werden. Frage an die Anästhesie. Sind wir bereit zum Schnitt? Ja. Wunderbar, wir auch. Mit einem Skalpell setzt Dr. Bach per Hand den ersten Schnitt. Die Öffnung dient zunächst dem Einbringen des Trokkars, der jetzt Luft in die Bauchhöhle pumpt. So hat das Team mehr Bewegungsfreiheit und Sicht im Körperinneren des Patienten. Gas bitte an, auf High Flow. Der Bauchraum füllt sich wie ein Luftballon. Also hier kann man schön fühlen, wie das Abdomen prall geworden ist und das gibt uns jetzt, eröffnet uns jetzt den Arbeitsraum, den wir im Abdomen brauchen. So, das nächste wäre mal, dass wir die Kamera ins Spiel bringen und auch das Raumlicht ausschalten, bitte. Eine spezielle Kamera mit Licht zeigt nun das Innere des Patienten auf den Monitoren. Das ist wichtig für das Team, das nicht operiert, um den Überblick zu behalten. Trotz der Vollnarkose erachtet Dr. Bach eine weitere lokale Betäubung des Operationsfeldes für notwendig. Lokalanästhesie, Lokalbetäubung, das ist das Erste, was ich mache, bevor ich einen Port platziere. Aus dem einfachen Grund, dass der Körper ein Schmerzgedächtnis hat und wenn schon von vornherein kein Schmerz entsteht, dann nimmt das Gehirn den gar nicht wahr und kann dementsprechend auch nicht darauf reagieren und der Patient hat postoperativ weniger Schmerzen. Die Anfänge der Medizinrobotik gehen auf die amerikanische Armee zurück. Verwundete Soldaten sollten mit Hilfe von Robotern aus der Distanz operiert werden. Solche Eingriffe wurden sogar mit transatlantischer Übertragung durchgeführt. Auf lange Sicht hat es sich aber als vorteilhaft erwiesen, wenn der Chirurg im gleichen Raum wie der Patient ist. Wir operieren ja jetzt einen Nebennierentumor, der ungefähr sechs Zentimeter im Durchmesser hat. Und traditionell müssten wir hier einen großen Flankenschnitt machen, damit wir das Gewebe ordentlich, das machen wir noch nicht rein, damit wir das Gewebe ordentlich präparieren können und zum Ort des Geschehens kommen. Und das machen wir jetzt hier, wie Sie sehen, minimalinvasiv über kleine Zugänge. Und das erspart dem Patienten natürlich Schmerzen postoperativ. Der Patient hat weniger Blutverlust. Es ist ein kosmetisch besseres Ergebnis. Und insgesamt ist das halt eine Methode, mit der wir sehr fein und sehr präzise arbeiten können. Dr. Bach und sein Co-Chirurg bestücken jeden der Roboterarme mit je einem Instrument. Messer, Schere, Pinzette. Die Instrumente werden dabei von Motoren bewegt. Von jetzt an operiert Dr. Bach an der Konsole. Von hier aus kann er die Operationsinstrumente genau steuern. Ja, also jetzt geht die eigentliche OP los, denn jetzt bin ich an der Konsole. Und Sie sehen, dass der DaVinci-Roboter hier Joysticks hat, wo ich die Hände anbringen kann und die Finger reinstecken kann. Und damit bewege ich also die Instrumente im Patienten. Dazu gibt es noch verschiedene Pedale, mit denen ich Strom benutzen kann, zum Schneiden und zum Koagulieren. Und es gibt noch ein anderes Pedal, mit dem ich die Kamera bewegen kann. Und ein Pedal, mit dem ich quasi auskuppeln kann, damit ich meine Joysticks unabhängig von den Instrumenten bewegen kann. Und hier, das ist die dreidimensionale Optik. Da bringe ich also den Kopf hier ran und sehe das Operationsfeld dreidimensional vor mir. Ja, so ist gut. Jetzt übernehme ich ihn mal. Dr. Bach und sein Roboter tasten sich im Körper vor. Die Instrumente bieten eine Bewegung in sieben Freiheitsgraden. Die Maschine filtert jegliches Handzittern heraus. Der Roboter dient dabei als verlängerter Arm des Chirurgen. Er macht nur, was dieser ihm vorgibt. Das Da Vinci-System wird in Deutschland mittlerweile an vielen großen Kliniken eingesetzt. Trotz der hohen Kosten verlangen die meisten Einrichtungen von gesetzlich versicherten Patienten keine Zuzahlung. Tiefer und tiefer schneidet er sich vorwärts in Richtung Tumor. Dann endlich, umgeben von gelbem Fettgewebe, ist der Tumor zu sehen. Wir wechseln die Kamera. Wir hatten also bisher eine Null-Grad-Optik, mit der man immer gerade ausschaut. Und jetzt nehmen wir eine 30-Grad-Optik, mit der wir nach unten schauen. 30 Grad nach unten und uns damit das OP-Feld besser ausleuchten und besser einsehen können. Und das ist natürlich für mich eine willkommene Pause jetzt, mich ein bisschen zu erholen. Das ist natürlich schon eine stressige Sache, weil es sehr viele bewegliche Teile gibt. Weil einfach Robotertechnologie oder Roboterchirurgie komplexer ist als jetzt, sage ich mal, die traditionelle Chirurgie mit Messer und Pinzette. Aber ich habe gute Assistenten hier. Insofern, der Oberarzt Lenhardt gibt mir immer Rückendeckung. Ohne ihn würde ich das nicht schaffen. Das Team beginnt, den Tumor von der Nebenniere abzulösen. In einem anderen Teil der Gesundheitsfabrik, im Versorgungstrakt, liegt die gigantische Großküche von 3.500 Quadratmetern. Das 106-köpfige Küchenpersonal bereitet hier gerade das Mittagessen für Patienten und Mitarbeiter zu. Küchenmeister Jörg Liborius-Jurga verliert selbst in dieser Megaküche nicht den Überblick. Mona, alles klar? Kommen Sie klar? Ja, natürlich. Ja? Sieht gut aus. Danke schön. Schöne Konsistenz. Danke. Gut gemacht. Riech mal. Schmeckt es jetzt auch? Natürlich. Danke sehr. Bitte sehr. Das nächste Mal bitte etwas weniger Zucker. Jawohl. Ja? Ja. Ich möchte natürlich als Diensthabender Küchenchef auch wissen, was meine Leute, unsere Leute rausgeben. Denn die Patienten vertrauen uns. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass ich zur Zeit, zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle bin. Der Küchenchef kann nicht alles selber machen. Aber während die Gerichte frisch zubereitet werden, hat er ein Auge darauf. Diese Gnocchi zum Beispiel sollen blond bleiben. Passt ihr bitte auf, dass ihr die nicht für dunkel macht, bitte? Alles klar. Danke. Kellen groß wie Motorradhelme. In der Klinik der Superlative sind auch die Küchenhelfer gigantisch. Schwierig, sich daheim wieder an kleinere Modelle zu gewöhnen, findet mancher Mitarbeiter. Auch am Fließband ist Konzentration gefordert. Die Patienten wählen zuvor aus drei Gerichten aus. Pünktlich um 12 Uhr sollen 1400 Mittagessen an die Patienten ausgeliefert werden. Jeder Handgriff muss deshalb sitzen. Wir haben also 12 bis 14 Mitarbeiter, die das Band bedienen müssen. Sonst läuft es nicht rund. Und wir wollen natürlich so schnell wie möglich das Essen, so warm wie möglich rausbringen. Also in anderthalb Stunden muss das erledigt sein. Die Servierwagen werden bestückt. 24 Tabletts mit Essen passen in einen Wagen. Pro Bettenstation benötigt man ca. ein bis zwei Servierwagen. Auch sie gelangen über die AWT-Anlage zu den einzelnen Stationen. Zurück bei Dr. Bach und seinem Team. Der Nebennieren-Tumor ist zum Teil schon vom Gewebe abgelöst. Noch ist die OP in vollem Gange. Was wäre, wenn der Da Vinci-Roboter plötzlich streikt? Wenn der Stromausfall wäre inklusive der Notstromversorgung, muss man es halt offen operieren. Also Lapaskopie oder Derminti ist schön und gut, aber man sollte trotzdem die offene Technik beherrschen. Weil in solchen Ausnahmefällen muss man irgendwie weitermachen. Der Nebennieren-Tumor ist vollständig entfernt. Bereits im Körper des Patienten wird der Tumor mit einem am Roboterarm angebrachten Operationswerkzeug in eine Plastiktüte befördert und diese fest verschlossen. Technik, die begeistert. Wir haben ungefähr eine Stunde gebraucht, ein bisschen weniger und haben den Tumor komplett exzidieren können. Es hat kaum geblutet. Jetzt sind wir soweit fertig, haben die Leber wieder drüber gelegt und werden langsam den Roboter abdocken und dann den Tumor bergen. Der Da Vinci-Roboter hat seinen Dienst für heute getan. Durch eine kleine Schnitterweiterung am Patienten soll nun der Tumor herausgezogen werden. Jetzt kommt der Augenblick der Wahrheit, wo wir dann hoffentlich hier schon das Präparat rausbekommen. Aber das scheint mir, da scheint mir der Schnitt noch etwas klein zu sein. Ich möchte da auch nicht zu viel unnötige Haut aufschneiden. Und da ist es schon. Also hier sehen Sie den Tumor, das ist also der Nebennieren-Tumor und den können Sie mal aufschneiden, wenn Sie wollen. Häufig machen die operierenden Ärzte bereits im OP-Saal einen Querschnitt durch das Gewebe. Genauere Untersuchungen erfolgen dann in einem anderen Fachbereich. Und ob das jetzt bösartig ist oder nicht, kann es ja dann nur der Pathologe sagen. Letztendlich in der abschließenden pathologischen Begutachtung. Der Tumor kommt so schnell wie möglich in die Pathologie. Hier arbeitet der Assistenzarzt Florian Steib seit vielen Jahren an der mikroskopischen Untersuchung von menschlichem Gewebe. Zunächst schneidet er den Tumor auf und färbt ihn ein. Welche Färbung über welcher Kapsel? Wir haben jetzt zehn Kapseln. Ich würde sagen einmal EVG und die Rest in HI. Der Rest kann dann in Form erliehen über Nacht. Der Tumor ist inzwischen in Scheiben geschnitten und liegt in Formalin. Florian Steib legt die Scheiben des Gewebes zunächst zum Trocknen auf einen Lappen. Dann kommt jede Scheibe zur Weiterbehandlung in einen durchlässigen Plastikbehälter. In einem weiteren Labor werden die Scheiben in ihren durchlässigen Behältern mit einem Flüssigwachs durchsetzt. Getrocknet lässt sich das Präparat nun in ganz feine Scheiben schneiden. Diese feinen Scheiben werden in einer blauen Lösung gefärbt, sodass die Struktur des Gewebes unter dem Mikroskop genau hervortritt. Auf einer feinen Glasscheibe ist das wenige Mikrometer dünne Scheibchen des Hühnereigroßen Tumors nun bereit für die mikroskopische Untersuchung. Auch der operierende Arzt Dr. Bach kommt hinzu. Denn später muss er dem Patienten die gute oder schlechte Nachricht übermitteln. Krebs oder kein Krebs. In Folge dieser Berücksichtigung dieser verschiedenen histomorphologischen Größen kann man sagen, dass es sich hier um ein Nebennierenrinden-Adenom handelt. Also eine gutartige Neoplasie der Nebennierenrinde. Das ist ja das bestmögliche Ergebnis für unseren Patienten, dass dieser Tumor nicht keine Krebserkrankung ist, sondern eine gutartige Vergrößerung der Nebenniere. Und wir haben auch im Vorfeld schon abgeklärt, dass der nicht hormonproduzierend ist. Da würde er sich freuen. Also da können wir rundherum zufrieden sein mit dem Operationsergebnis. Guten Tag. Guten Tag. Wie geht's Ihnen? Man schlägt sich so durft, wie es einem noch. Okay, so geht aber gut. Relativ gut. Wunderbar. Da bin ich ja ganz froh, das zu hören. Wir sind ja heute erst am zweiten postoperativen Tag. Und wie ich sehe, geht's Ihnen ja schon recht gut. Heute ist die Drainage rausgekommen, habe ich gehört. Herr Ruhler, das ist sehr schön. Man kann wieder auf beiden Seiten schlagen. Ich kann wieder auf beiden Seiten schlafen, genau. Super. Ich habe auch hervorragende Nachrichten für Sie, denn ich habe gerade mit dem Histopathologen gesprochen. Und wir haben das feingewebliche Untersuchungsergebnis von diesem Tumor, den ich entfernt habe. Und das ist alles gutartig. Da können Sie also wirklich sehr zufrieden sein. Dieser Tumor ist entfernt worden, er hat sich als gutartig rausgestellt und damit ist die Geschichte für Sie erledigt. Nach jeder Operation und trotz steriler Extrabekleidung im OP-Saal wechseln die Ärzte ihre Kittel in der Uniklinik Aachen mehrmals am Tag. Das ist ja wichtig im Krankenhaus, den ganzen Hospitalkeimen hier. Wir wollen ja nicht, dass wir als Ärzte als Keimverschlepper dienen. Frisch ausgestattet kann Dr. Christian Bach nun zu weiteren Taten schreiben. Sein getragener Kittel verschwindet hinter einer Klappe und tritt seinen langen Weg in die hauseigene Wäscherei an. Dort werden die Wäschestücke per Hand sortiert. Und zwar nach der Temperatur, mit der sie gewaschen werden müssen. Dann macht sich die dreckige Wäsche automatisch auf den Weg. Die Wäschesäcke fahren zur riesigen Waschmaschine. In der Gesundheitsfabrik der Superlative muss auch sie pro Tag mehrere Tonnen Wäsche reinigen. Und das in einer ganz speziellen Taktung. Wir können hier am Tag ca. 10 Tonnen Wäsche waschen. Wir waschen hier an einem chemothermischen Waschverfahren. Die Waschstraße hat 13 Kammern. Wir waschen hier mit einer Taktzeit von 120 Sekunden. Das heißt, alle 120 Sekunden fällt 50 Kilo Wäsche rein und hinten kommt 50 Kilo wieder raus. Arbeitskleidung, OP-Kittel, Nachtwäsche, Bettwäsche, Handtücher, Tischwäsche. Alles kommt als nächstes in die Presse. Die Wäsche wird hier gepresst. Die wird nicht geschleudert, herkömmlich. Die wird hier mit einem Druck von 40 Bar, wird die Wäsche zusammengepresst und damit entwässert. Dann landet die Wäsche in einem riesigen Trockner. Er fasst 50 Kilogramm. Nach 30 Minuten ist alles fertig. Die Wäsche fährt auf dem Fließband heraus. Als nächstes sortieren die Mitarbeiter von Hand die einzelnen Wäschestücke. Das muss schnell gehen. Alle zwei Minuten kommen neue 50 Kilo aus dem Trockner. 10 Tonnen am Tag. Zum Schluss muss die Wäsche noch gebüdelt werden. Das erledigt hier eine riesige Mangel. Dann legen die Mitarbeiter per Hand bestimmte Wäschestücke zusammen, wie Handtücher und Laken. Jetzt sehen die 40.000 Kittel der Klinik wieder aus wie neu. Die weißen Kittel sind die Standard-Arztbekleidung. Die blauen werden nur im OP getragen. Grün ist für den Intensivbereich. Beim Falten der Kittel hilft ein Faltroboter. Er schafft pro Stunde 900 Kittel. Alles ist fertig. Die saubere Wäsche kommt auf den Rollwagen. Und wird von Carsten Schulte, dem Leiter der Wäscherei, auch schon mal persönlich in die AWT-Anlage geschoben. Damit steht den Mitarbeitern wieder saubere Wäsche zur Verfügung. Dr. Bach hat, wie auch alle anderen Mitarbeiter der Uniklinik, eine Dienstkarte mit einem Chip. Mit diesem kann er zum Beispiel in der Kantine bargeldlos bezahlen. Auf dem Chip sind aber auch persönliche Daten gespeichert. Deshalb bekommt der Arzt an der Kittelausgabe nicht nur irgendeinen Kittel, sondern immer einen in exakt seiner Größe. Solange sich meine Körperfülle und Größe nicht ändert, wird mir dieser Kittel Größe 98 immer wieder passen. Und das ist mein Konto. Da kommen auch Diensthosen raus mit meiner Größe, mit meiner Bundweite und Länge und auch Oberhemden. Insofern ist es ein schönes System. Der nächste Morgen in der Gesundheitsfabrik. Die Fakultät Zahnmedizin der Universität Aachen hat in der Klinik ein eigenes Praxislabor. Hier können Studenten an Puppen üben, wie Zahnfüllungen, Implantate, Zahnersatz und Prophylaxe funktionieren. Die zukünftigen Zahnärzte sind mit ihren schmerzunempfindlichen Phantompatienten sehr zufrieden. Am echten Menschen ist alles komplizierter. Also bei dem echten Patienten haben wir nicht so einen großen Mund wie bei der Puppe und nicht so große gerade Zähne meistens. Also ist es umso schwieriger auch richtig zu präparieren und den Spiegel reinzusetzen. 40 Arbeitsplätze stehen den Studenten hier zur Verfügung. Manchmal müssen sie sich auch zu zweit einen teilen. Der Leiter und Zahnarzt Dr. Rolf Siedhardt prüft, ob seine Schüler sauber gearbeitet haben. Er gibt Hilfestellung und stellt weitere Aufgaben. Also 80 Studierende können hier arbeiten, jeweils 40 können behandeln. Und wir lernen hier in dem Behandlungsbereich eben vor allen Dingen, bevor sie an den Patienten die Arbeitsschritte durchführen müssen. Damit sie eben nicht direkt den Patienten quälen, sondern erstmal den Phantompatienten. Und dafür sind wir hier. In der gigantischen Klinik mit ihren 130.000 Quadratmetern Nutzfläche fallen täglich sechs Tonnen Müll an. Große Maschinen helfen dem Personal, den Müll in Container abzukippen. Pro Werktag wird ein Presscontainer abgeholt. Gerade im Krankenhaus herrscht strenge Mülltrennung. Denn Krankenhausmüll unterliegt besonderen Anforderungen. Wir haben Restmüll, wir haben Kartonage, wir haben Kunststoffe verschiedener Art. Dann haben wir hier auf der Seite beispielsweise Gehälter, wo infektiöse Sachen gefüllt werden, in Container gepackt werden, dann zu uns geschickt werden. Die Sachen, die besonders sensibel sind, das heißt, wo jemand sich infizieren könnte, werden auch die Stationen separat verpackt. Und die sind so verpackt, dass da keinem mehr irgendwie was in Schaden zugefügt werden kann. Also fest verplombt beispielsweise. Die Hygienevorschriften für Mülltonnen und Container sind hoch. Die kleineren Plastikmülltonnen müssen, nachdem sie vollständig ausgeleert wurden, zusätzlich auch noch von Hand gereinigt werden. Ja, wir haben so einen Desinfektionsautomaten, der mit normalem Trinkwasser von mich das Desinfektionsmittel genau dosiert. Genau dosiert, damit man keine Über- bzw. Unterdosierung hat, zwecks Desinfektion. Die großen Container dagegen fahren durch eine spezielle Waschstraße und werden bei 70 Grad gereinigt. Also unser krankenhausspezifischer Abfall ist unbedingt zu reinigen, bzw. die Container sind zu reinigen. Dass man, wenn die Container auf die Station fährt, keine Gefahr bringt. Vor dem Waschgang werden die Container zunächst automatisch umgedreht, sodass ihre Öffnungen nach unten zeigen. So ist das Innere besser zu reinigen und das Wasser kann direkt ablaufen. Dann geht es langsam in die Waschstraße. Dort beginnt die 10-minütige Reinigung. Wasser von oben und ein kräftiger Wasserstrahl mit dem Druck von einem Bar reinigt die Container von unten. Vier Container können gleichzeitig gereinigt werden. Anschließend werden die Container trocken geblasen. So hier kommen die Container jetzt raus, nachdem die gereinigt worden sind. Nicht immer unbedingt gerade, man muss auch ein bisschen nachhelfen schon mal. Ist halt auch nur eine Maschine. Und jetzt wird der Container dort vorne aufgegeben und wird auf die Station 02 geschickt. Jeder Container hat eine Kodierung, dass jeder Bereich seinen Container auch wieder zur Verfügung hat. Die Gesundheitsfabrik. Das Universitätsklinikum Aachen. Allein das Hauptgebäude hat eine Nutzfläche von 130.000 Quadratmetern. Im größten Krankenhaus Deutschlands versorgen 7.000 Mitarbeiter rund 231.000 Patienten pro Jahr. Die Klinik schläft nie. Die Klinik schläft nie. Untertitelung des ZDF, 2020